Ja, können Sie ruhig machen, ich habe eins. Jetzt ist es mir egal. Jetzt ist es mir egal. Alter, war so klar. Gut, dass du gespeichert hast. Ja. Gut, dass ich da bin. Ja, ja. Selbstbeweihräucherung. King. Unser Johannes. Aber das ist ein Waffenwechsel. Nervt mich aber krass, Mann. Das müssen wir das nächste Mal ändern. Ja, und was ich mir noch gesammelt habe, was aber jetzt nicht so gängig war zumindest, ist hier ein Sammelalbum vom Rewe-Markt. Da konnte man diese Popcaps oder so komische Caps, konnte man da, genau. Das sind alle voll. Ja. Ich habe mir auf dem Internetlader welche nachholen müssen. Da sieht man das. Da konnte man alles sammeln. Dann ist alles schön voll hier, ne? Da schau ich, Johannes, für dich nochmal. Na, cool. Nice. Sehr geil. Sieht schon aus. Okay. Und das ist aber auch so ein Ding, weißt du, das kriegst du ja nirgendwo mal wieder irgendwie so. Und Rewe macht das ja auch. Und wenn es nur Rewe macht, dann hat es vielleicht schon mal eben ein bisschen seltenheitswert. Kein getan, schau ich euch an. Sein Blick, in seinen Augen siehst du die Wut oder der Wille, dem Bösen heimzuzahlen. Was auch immer es getan hat, das Böse. Was war das nochmal? Ich glaube, die haben seinen Vater gekillt. Oder der andere, der Jarek oder irgendwas. Ja. Hat seinen Vater getötet. Ja. Rache. Ravage for the Father. Ah, der Typ schon wieder. Okay. Ja, aber jetzt muss ich doch mal kurz gucken in diesem, äh, ob ich nicht doch irgendwie was... Ja. Hat das gemacht? Energie? Ja. 50 erst jetzt. 70. Geil, geil, geil. 77. Ich dachte, die Strömung jetzt wird gesaugt. Ich weiß gar nicht. Wo komme ich denn da hin? Aber ich musste da runter. Hm, glaube ich nicht. Da hinten geht es nochmal weiter. Warte kurz. Da geht es nämlich nochmal weiter. Ah, nicht gesehen. Aber es ist auch noch ein Bonus. Ich dachte doch, da muss ich ab dafür. Oder Wasser. Wasser auf der Bahn. Woho. Hilfe. Alter. Oh, Lichtwett. Oh, Lichtwett. Oh, Lichtwett. Wo ist es? Mach schon. Ist da irgendeine Anzeige für Luft oder so? Ah, da war Luft. Hier ist Luft. Oh Gott. Toll. Oh, ganz ehrlich, wie sollen wir das schaffen? Vom Lichtwettel muss ich schon wieder... Ja? Ja. Oder Schlichtvergleich raus. Ah, das darf ich den Kacke wieder machen. Jetzt darf ich nicht so viel Energie verlieren am besten. Das wäre gut. Ist jetzt, wenn ich den Mausrad benutze, dann geht immer die Sicht nach unten, weil dieses Mausrad belegt ist anscheinend irgendwie mit dem, äh, Ding mit dem Auftragbefehl die Sicht nach unten. Speicher. Bin ich. F9. Saved. Quicksafed. Quicksafed. Ah, erwischt. Du Penner. Was ist? Aber schließlich muss ich auf der anderen Seite nochmal. Du hast gerade gelacht wie ein ehemaliger Disponent. Er ist ehemaliger Disponent? Ja. Was? Der manchmal auch so. Genau. Oh, ups. Hast du Fiepen gemacht? Ja, das war mega dumm, ja. Ich sag schon extra. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ihr würdest nur wissen, ich stehe als Ehre aus dann. Ich hab auch deinen Spoiler rausgeschritten, Johannes, den du eiskalt in der Begrüßung schon abgefeuert hast. Was ist das Spoiler denn? Was ist das Spoiler denn? Was ist das hier? Das sag ich jetzt nicht natürlich nochmal. Ja, was denn? Was denn? Was denn? Fuck you! Ja, du musst, glaube ich, ein bisschen geduldiger angehen, dass das... Warte, eh... Nein! Ja? Schüsse, wenn ihr reflektiert von der Mischfrau, das musst du nicht reinrennen in die Leute. Was werden die? Du kannst mal warten, dass die Schüsse... Jedes Ding ist, ich muss aus dem Wasser raus und dazu muss ich ein bisschen... Ja, man muss ja nicht den Leuten hinrennen. Ja, aber du kannst ja zurückrennen. Das ist automatisch dann so. Ja, aber dann hab ich auch keine Deckung mehr. Mach einfach. Hör auf mich, ne? Du. Noch drei. Du. Was? Oh, komm mal hier. Ich komm nicht hoch! Oh fuck it. Ich komm nicht hoch. Nein, das hab ich nicht gesagt. So, was mach ich denn jetzt hier? Schu... Links. Oder... Oder auch nicht. Oder ganz hinten durch. So. Ja, 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 ja. Jetzt warte einfach ein bisschen. Muss ich eine Waffe nehmen. Andere Waffe nehmen. Ja, sie soll die Scheiße wieder mit... Wie soll das denn... Ein Blödsinn ist das denn? Oh, ich speichle auch nicht mal die Scheiße hier. So, speichern. Zack. Dann hol ich mal das Ding da hinten. Nehme ich das Lichtschwert. Und speichern. Ja, Sammel-Action auf jeden Fall. Das haben wir auch ganz gern... Ich hab letztens so... Ich guck mal, ob da hinten kommst, zu der Waffe. Ja, ja. Ich hab letztens so Überraschungs-Eier gefunden. Die haben wir auch schon gezeigt, das letzte Mal. Ähm, und die hab ich auch... Nein, tu ich nicht. Doch! Nein! Es geht nicht. Ähm, Überraschungs-Eier. Und das haben wir auch natürlich auch die Figürchen und sowas. Das haben wir auch ganz gern immer von Star Wars, wenn es da was gibt. Aha. Jetzt geh ich noch mal kurz... Geh ich mal nach links. Kann ich nach links? Du, Penner, lauf halt auch. Habe ich gespeichert? Ja, hab ich. Ich speichert jetzt hier nochmal. Irgendwo unterwegs. Gespeichert. So. Jetzt lass ich mich einfach mal hier gleiten. Lass mich einfach vom Wasser gleiten. Guck mal, okay. Sowas. Jetzt machen wir noch ein ganzes Wäffchen hier. Er macht es aber auch nicht. Kann sich aber nicht die Taste drücken und dann... Ja, weil das ist so weit weg, dann muss ich mal so weit greifen. Achso. Ich müsste das mal in den Nebel legen. Ich bin klar. Die treffen mich halt auch die Penner. Oh, viel Prozent. Ja, gut. Ist schon richtig scheiße. Sehr gut. Ah, ist noch da. Was ist das? Boah. Die Waffe. Geil, Physik-Engineer. Ist noch einer da. Ne, ist keiner mehr da. Ah. Nein, nein, nein. Triff mich noch. Triff mich noch. Triff mich noch. Oh. Na. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Ja, guck mal, guck mal. Komisch. Geil. Hin fort mit dir. Abschaum. Ja, ja. Bist du sicher? Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem... Ja, da holst du wieder rum, dass der Truppe ist und muss ja alles noch... Ich komme auch nicht rauf, du Scheißteil hier. Komm jetzt mal drauf da. Jetzt. Ich habe Angst. Es ist keine gute Idee gewesen, glaube ich. Okay. Wollen wir nachher was messen eigentlich? Oh, aber doch. Ja, es war eine gute Idee, dieses Späuchchen. Ja, war doch gut. Dann hättest du wieder alles von vorne machen müssen. Ja, vielleicht hätte ich es besser dagegen geschafft. Man hätte auch versuchen können. Alter. Und tschüss. Geil. Wie ist die, man durchrascht hier. Oh. Habe ich jetzt aber... Warte kurz, habe ich noch irgendwie... Bagda-Tank? Ne. Doch. Oh, hier hast du 24, 24, 64. Geil. Das ist ein Bagda-Tank. Äh. Weißt du was ein Bagda-Tank ist? Ja, diese Bagda-Dinger da. Das ist unsere 5, das Ding. Ja, die Energie halt geben. Ja, wo Luke da auch drin steckt und geheilt wird. Genau. So, es ist alles fraglich hier, wie es hier weitergeht. Überhaupt gehen, ja. Ein bisschen... Wow. Ich komme aber auch nicht richtig voran hier. An der Seite halt auf den Rand hochgehen. Danke, Johannes. Ja, manchmal ist es auch nicht so einfach. Okay, da ist nichts aber, Johannes. Was ist da unten? Soll ich da runter gehen, mal? Kann man nicht. Aber ich will wissen, was auf der anderen... Warte mal kurz. Ich will erstmal ein bisschen... Vielleicht ist es doch der offizielle Weg. Gucken, was hier abgeht. Da vorne noch. Ich bin ja immer kein Konzentrationsfan von Spielen. In Spielen, meine ich. Immer recht. Ah, hier geht es auch fett ab. Da musst du da rüberspringen vielleicht. Ich gehe nochmal speichern. Ja, rüber oder runter? Einzelne Beine. Ja, ich weiß schon. Ah, es springt nicht, der Bastard. Okay. Alles klar. Jetzt ist wenigstens klar. Wo es lang geht. Aber vielleicht muss ich doch da hinspringen, weiß man nicht. Ich versuche es nochmal. Es springt nicht, nein. Wow, keine Action. So. Ja, jetzt ist es wirklich so ein Ding. Als Davos-Fan hatten wir es aber auch nicht einfach. Sag ich mal. Denn es gibt einfach so viel Angebot auch an Sachen. Und dann ist man schon immer, wenn man da mal shoppen geht oder sowas. Und da was entdeckt, dann ist man schon immer sehr schnell dabei. Sagt nicht mal. Ein grausames Leben. Ja, wirklich. Ein teures Leben auch. Mhm. So, achso. Äh, doch da runter. Dann gehe ich jetzt runter. Dann lasse ich mich da. Aber es tut so weh bestimmt. Kann ich Wasser gehen jetzt mal rein? Warte kurz mal zurück. Hol dir mal zurück. Scheiße. Ich kann nichts machen. Hilfe. Das ist aber auch hier wieder. Schwert-Action hier. Wäre völlig fehl am Platz. Ich habe mir diese Karte angeschaut, die die mir geschickt hat. Den Link meine ich zu der, zu dieser Box, die ähm, alte Konsolen auch. Also optisch ein bisschen. Framemeister. Genau. Ja. Der Framemeister. Sagt uns. Genau. Interessant aus, ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, wie gesagt, für Gamecube, weiß ich nicht, ob es so viel bringt. Aber auf jeden Fall, bringt es was. Also es bringt schon was. Aber halt, ob da, gerade, egal, ob jetzt, wenn du es halt im modernen Fernseher anschließen willst, kriegst du immer irgendwelche Probleme kriegen. Von daher, aber es ist halt teuer. Und es wird auch, glaube ich, gar nicht mehr hergestört, richtig so. Ne, 300 Ecken ist schon viel dafür, dass man das haltet. Alter, was ist hier eigentlich los? Hilfe, ich bin in der Arena. Arena. Alter. Sehr gut machst du das. Das sehe ich irgendwie nicht ganz. Ah, ich brauche, da hat er gestreut. Was schießt denn? Ach, komm schon. No, in der Ecke. Oh. Mal kurz durchatmen hier. 28%. Ich speichere mal trotzdem. Ja. Jetzt kommen die ganzen Dinger schon wieder raus. Grundsäure. Und saug mal. Die ganzen Dinger. Kohlenzäure. Die Dinger. Keine Ahnung, wer da schießt, kann es hier eigentlich auch mal tauchen. Aber wie sieht das aus? Ja, aber hier unten ist dort nix, ne? Ne. Aber schön, dieses Blau gefällt mir. Das ist sehr azurblau. Das mag ich ja sehr. Ja. Kannst du mal von den Dingern da was geben? Warte kurz. Die Dinger. Johannes, das ist ja immer alles mit Dingern. Dam, dam, dam. Okay, ist kein Wasser mehr drin. Sondern muss ich das Wasser vielleicht irgendwie umleiten hier? Das kann das sein. Eine gute Idee, ja. Aber, äh, wie soll ich das machen? Was soll ich das mitnehmen? Hm. Denken lang? Wo kommst du da hin? Ne. Von da kam ich raus, ja? Du musst wahrscheinlich da links zurück. Wahrscheinlich. Und ich geh da doch da lang. Ich muss da runter. Wahrscheinlich ist da links, oder links ist da eine schwarze Tür. Und da musst du lang oben. Ja, keine Ahnung. Ach, da hoch. Ich weiß nicht, ich kann da hoch. Wer schreit da? Das Monster. Oh. Oh ja. Also muss ich da entlang. Komm schon. Das ist halt dieses un-mögliche Schussverhalten hier. Ist halt krass. Wo hab ich gespeichert? Was ich. Viel zu spät. Oh. Alter, in die Fresse. Hast du das gesehen? Wahnsinn. Jetzt wird gucken wir mal diese Box. Diese... Wie heißt die Box nochmal? Framemeister. Wenn man diese mal ausleihen konnte, gucken konnte, ob das wirklich... Ja, das wär gut, aber... Und tschüss. Ähm. Ja. Es geht darum, dass es auch nur in Japan hergestellt wird, das scheiß Ding. Und Amerika ist schon schwer, es dran zu kommen. Ja, wird's bei uns noch schwerer. Du kannst mal mit diesem Münchner... Sprech da mal. Du kannst mal diesen Münchner Ding fragen, vielleicht. Das Ding. Diese, wo wir doch auf der Halloween-Party waren, mal da bei einer Gruppe. Die kennt sich bestimmt aus. Bisschen. Du Fickse! Ich muss aber natürlich auch die falsche Waffe auf. Was nehme ich auf eine behinderte Waffe? Das ist ja völlig, völliger Crap. Ja, weil was mich jetzt so immer hindert, so alte Konsolen nochmal zu kaufen eventuell, die man nicht hat, ist halt immer die Qualität... Wenn du halt selber hast, ja meinst ein Full-HD-Fernseher zum Beispiel. Sehen dann einfach alte Konsolen natürlich einfach scheiße aus. Was natürlich klar ist. Ja. Und so kann's halt ein bisschen besser aussehen wenigstens. Manche ziehen da ja aber noch irgendwelche Liebe raus, denn es scheiße aussieht. Es ist retrogefühlt so ein bisschen. Ja. Ach! Ach! Wenn wir unseren alten Fernseher noch haben, sondern halt einen Röhren-Fernseher, damit es gut aussieht. Ja, aber das... Weil es halt gut wie früher aussieht, quasi. Ja, ne. Aber alles dann umbringt. Deshalb so ein Ding sind im letzten Teil schon besser. Finde ich. Und erwischt. Und erwischt. Ja, Anna, hier darf ich nicht mal ein Problem hier, der Penner. Komm schon! Sehr gut. Speichern. Hab ich, ne? Super. Ja. 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 Und es ist ein Rückgeschenk quasi für eine geschenkte Lootbox-Action von Diddy Kong nämlich. Und zu Diddy Kong habe ich ein lustiges Bild, das ich jetzt hier einblende. Hier unter uns. Warum? Das ist gut, weil Johannes kennt das Bild noch nicht. Deshalb sage ich es ihm jetzt auch noch nicht. Aber das ist... Man sieht es erst in einem Jahr oder so, oder? Nein, ich kann es dir natürlich vorher schon zeigen, aber jetzt gerade nicht. Soll ich da jetzt runter jumpen, oder? Das sieht ein bisschen zu gefährlich aus, finde ich. Ich bin gerade direkt, ob ich jetzt die Kamera lauter lässt, dass das alles sehr easy ist. Ähm. Ja, dann springe ich da runter, ne? Oder was sagst du, Johannes? Da, schwarz, rechts. Achso. Ich speichere nochmal. Ich speichere nochmal. Na, der kann es runter springen. Okay. Okay, das war's. Es sah plausibel aus, okay. War vorhersehbar. Ähm. Jetzt bin ich genau da, wo du vorhin gesehen hast. Ja. Aber hier ist nichts. Komisch, guck mal nach oben. Ich guck mal nach oben. Ah. Ja, aber wie soll ich da halt so hochkommen? Das ist nicht mein Problem. Alter, halt so hoch. Das ist nicht mein Problem, du. Ich hab nur die Ideen. Da geht auch nichts kaputt, oder was? Doch. Ich will doch keine Patronen. Doch, ich krieg ja wieder. Dann geh ich jetzt hier halt mal runter. Was soll denn das? Da unten ist aber auch nichts. Doch, da unten ist ein Loch. Stimmt. Aber, äh... Ja, geh da noch mal runter, wenn da... Ja, komm. Oh, jetzt verloren. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wunderbar, dann muss ich doch hinladen. Oh, aber das ist ne... Boah! Boah! Kommt, jetzt glaub ich doch auf mich zuhören. Ist nicht gewohnt, oder? Ne. Ja, aber Hannes, immer diese Anspielungen hier. So, da unten ist noch einer. Seh ich doch schon. Ja, komm her. Alter, ich bin jetzt noch von der... Alter, der war mitten zwischen die Augen. Sehr schön. Ich mag's ja mal sehr gerne, wenn ich einen guten Schuss lande. Oder einen guten Schlag. Ja. Was? Ja, aber... Was soll das heißen? Wenn... Schlag. Oh, Johannes. Ganz schlechte. Ganz schlechte Unter-ne-Güttel-Linie-Witze. Oh! Das sieht halt ein bisschen aus nach Half-Life, muss ich sagen, jetzt gerade. Mhm. Sieht sehr kraft von den Texturen her. Sieht sehr nach der Wüstengegend von aus Half-Life aus. Kenner werden wissen, was ich meine. Oh! Ich bin kein Kenner. Alter, wie... Was denn da... Solche ist denn das hier? Ich bin mir zu einer. Noch vier Schuss. Ja, warte, was denn da... Mann! Oh! Hier, vielleicht lässt man eine, guck. Lass das mal. Oh! Was höre ich da? Hast du eine andere Waffe noch? Du hast nur einen Schuss. Hilfe! Was macht die so komisch? Ah! Ah! Und nicht gespeichert, weil sie uns nichts gesagt hat. Ah! Teufelei. Und das ist noch nicht schwer. Oh! Oh Gott, das war schwer. Ja, aber nicht schwer. Das ist nochmal über Nahkampf. Du schmatzt sehr hart. Ich lasse es schnell erstmal nicht raus, wenn du mir immer sie hörst. Oh! 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 Es ist ein schweres Spiel, muss ich sagen. Zu meiner Verteidigung. Aber guck mal, jetzt habe ich 107 Schuss, wie kann das sein? Wie viel zieht denn das ab, Johannes? Zwei. Wahnsinn, wieso habe ich vorhin so wenig gehabt? Wo kommt denn der jetzt her? Hinter von vorne. Hinter von vorne hängt da unten wahrscheinlich irgendwo rum. Let's wait. Warte! So, da noch mal einer! Speichern, okay. Die kommen ja aus dem Nichts. Die rutet hier runter? Das ist cool. Ach so, da war was. Der Wind pfeift durch die Kluften dieser Berglandschaft. Der kann die bestimmt auch rüberjumpen, so auf die Art. Mal kurz, ich muss mal probieren zu sprechen. Diese mechanischen Geräusche, hörst du die auch? Ja, so wie ein Schiff oder so. Fuck you! Guck, Achtung! Stimmt. Guck.